Hallo und herzlich willkommen Leute Corrupted hier und wir spielen wieder Hallo jănesse willkommen Leute hier ist Corrupted und wir spielen In Stand havens Shadow und wie einer meiner Fans Maxwell willst den wollte das ich Santorum noch mal spielen und das machen wir doch weil wir wollen unseren Fans gefallen, wir tun alles für unsere Fans und bla 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 Ladebildschirm Enmm Das war die Map die ich letztes mal als zweites gezeigt hab Die fand ich jetzt ein bisschen bruseliger Und deswegen spielen wir jetzt auch noch mal ein zweites mal Oh, die sind so gut. It's rude to stare. Ja, ist es das? Ist es das? Komm her. Ich starr dir sowas in dein Gesicht. Komm her. Komm her. Komm her. Okay. Er will nicht. Wo ist er denn, unser Freund? Ich glaube, hier ist schon der zweite Zettel, oder? Nee, hier ist Sabrinas Bereich. Always watching. Leute, das wird hier ein Timerun. Wir sind sehr talentiert. Bist du da? Nein, wirst du nicht. Ich will dich anstarren, mein Freund. Ich habe keinen Respekt vor dir. Tomi, dieser Schlendermansch. Mann, Schlender. Schlendermensch, Mann. Schlendermänniger, Mensch, Mann. Wo bist du? Ich zeig dir, wer hier der richtige Schlendermansch ist. Ich fress dich auf. Und dann kack ich dich aus und dann fress dich wieder auf. Wir haben schon drei Dinge innerhalb von zwei Minuten. Das geht mir ein bisschen zu schnell, ja. Wo bist du denn da? Nicht hier. Die Map ist ein bisschen eintönig, aber ich denke, es hat Slender an sich. Ich werde gleich hier um eine Ecke und gucke ihm direkt in die Augen. Er erschreckt mich ziemlich hart. Und ich soll vielleicht mal aufhören, die ganze Zeit zu sprinten. Und wenn ihr ganz dieses Knacken hört, ich höre das auch. Oh, das ist irgendwas mit der Sounderteile vom Spiel, die stimmt nicht so richtig. Es tut mir leid, oder kann ich leider nichts ändern. Ich habe die ganze Zeit gefühlt, das ist direkt hinter mir. Scheint aber nicht so zu sein. Oh, mein Nasehauten. Okay. Bist du hier? Schlender? Schlendie. Mensch, Schlender. Wo bist denn du? Hm. Also Mittel hätte vielleicht doch schon mal auftauchen können, ne? Finde ich schon ein bisschen komisch. Ich vermisse ihn ja fast sogar. Ne, eigentlich nicht. Aber ich will ihn ja nicht so leiden lassen. Man kann mir aber sagen, dass man ihn eigentlich total lieb hat. Ich habe da eine Theorie. Was, wenn Slenderman einfach ein Familienvater ist? Und die Bilder, die er hier überall hinkt, sind einfach Bilder von seinem Sohn. Und weil wir sie eben klauen, will er natürlich wiederkommen und sich die Bilder einfach wiederholen. Weil ich meine, wir klauen die Bilder von seinem Sohn, das macht ihn natürlich traurig. Und vielleicht verspricht er seinem Sohn ja nur, dass er die Bilder zurückholt. Hi. Vergiss alles. Das ist ein Arsch. Der kann mich am Arsch schrecken, der kriegt seine Scheißbilder nicht. Meine. Die Theorie habe ich jetzt mal schnell über Bord geworfen. Okay. Natürlich, ich sehe ihn zum ersten Mal und werde direkt richtig nervös. Linder. Nix mehr. Okay. Ich habe komplett die Orientierung gefunden und ich habe keine Ahnung, wo ich schon war und wo ich noch nicht war. Das sieht alles scheiße gleich aus. Warten wir da hinten schon? Ich glaube schon. Oh, hier lang, komm. Ich sollte mich nicht umdrehen. Ich bin dumm. Oh. Nee. Oh. Fünf. Kein gutes Gefühl mehr. Ganz schlechtes Gefühl. Der Typ kommt näher. Und der ist sauer. Der ist sauer, dass wir ihm seine schönen Bilderchen klauen. Warum dreh ich mich um? Ich bin dumm. Das ist komplett unnötig. Das muss ich nicht machen. Ich mache es noch nicht mehr. Ruhig. Nicht umdrehen. Geradeaus laufen. Konzentriert. Geradeaus laufen. Huuu. Das ist das Arschloch. Ich bin gerade rausgelaufen. Huuu. Jo. Machen wir noch einen Versuch, ne? Huuu. Fünf hatten wir eben. Ich kriege immer fünf hin, dann sterbe ich sofort. Ich sollte mir vielleicht erst mal die Map angucken, bevor ich irgendwas einsammle, damit ich weiß, wie ich lang muss. Das ist das eine Ende und dahinten das andere. Ist hier was drin? Ach, Leute, scheiß drauf. Ich muss mich nicht an so behinderte Taktiken halten. Ich bin der Corrupt-Deader und ich spiele das einfach so durch. Took my girl and they're coming from me. Das ist vielleicht doch nicht von seinem Sohn gemalt. Das ist ein bisschen komisch, ne? Slender-Boy. Das ist ein lieber Sohnemann. Ich habe gerade irgendwas gehört. Das mag ich nicht. Ich mag Geräusche von hinter mir nicht so. Vor allem nicht, wenn ich dusche. Vergesst das. Hab ich nie gesagt. Ich hab nicht bei mir gehört. Das hat Phil gesagt. Hilde bei Wrestling. Wo sind denn die anderen Zettel? Ich habe eben gerade die Map gespielt und ich habe schon wieder alles vergessen. Ich bin unfähig. Warum guckt ihr eigentlich meine Videos? Ich bin behindert. Ich mag mich selber nicht mal. Ich dislike meine eigenen Videos. Und dann schreibe ich darunter schlecht, du Opfer. Du bist so hässlich, du Spastmann. Geh mal LOL spielen. Und das schreibe ich darunter. Und dann lösche ich es wieder. Ich sollte gleich mal drüber nachdenken, was ich eigentlich für eine Scheiße labere. Sehr peinlich. Ich glaube ich labere für eine durchgehend Scheiße, weil ich dann nicht so viel Angst habe. Und dann bin ich irgendwie abgelenkt. Und hier geht es ein bisschen besser. Warum ist das hier offen? Iiiiiiiiiiii. Sofort das Video flaggen. Sonst darf man ja nicht zeigen auf YouTube ist die Option. Oh, 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 oh. Nussgippe. Nussgippe. Und hier ist nichts. Mhm. Kabel in der Decke. Statue von letztem Mal. Langsam kenne ich mich auf der Map aus, glaube ich. Eigentlich kein bisschen. Ist das der Ausgang? Wahrscheinlich müssen wir am Ende noch mal mit allen Zetteln laufen, ne? Wahrscheinlich. Auf der Map zeigt sich Slender echt immer extrem spät, fällt mir gerade auf. Und die Soundbugs nerven langsam echt ziemlich hart, aber kann ich wenig gegen machen. Ach, und ich wollte eigentlich statt Slender ein Multiplayer-Horror-Game mit NS aufnehmen. Aber das hat irgendwie nicht geklappt, weil die Ports konnten wir heute nicht freigeben und schon ziemlich spät und das machen wir jetzt demnächst erst. Und ja, auf jeden Fall werde ich nächstes halt auch ein paar Sachen Multiplayer-Technisch hochladen. Ich denke, da könnt ihr so Mitte nächster Woche rechnen und dann gibt's noch ein bisschen Abwechslung, ne? Und was ihr wahrscheinlich vor dem Upload hier sehen werdet, den, ähm, Vanish Upload, oder vielleicht lade ich den hier nach hoch? Ne, ich lade wahrscheinlich schon davor hoch. Auf jeden Fall, den hab ich vor dem Spiel hier aufgenommen, bevor ich jetzt mit NS aufnehmen wollte in das Spiel. Was ist das hier? Der hat sich gerade bewegt, der hat sich gerade bewegt. Kannst mich nicht verarschen, das hab ich gesehen. Ähm, auf jeden Fall, Vanish, das war unglaublich schlimm. Ich hab fast geheult. Wo ist gerade meine Taschenabaus gegangen? Auf jeden Fall, das Spiel war so schlimm und... Das war ja gar nichts. Was ich eigentlich sagen wollte. Von dem Spiel Vanish kann sich jedes gute Horror-Spiel in der Scheibe abschneiden. Ich hatte so eine unglaubliche Angst in dem Spiel vorhin, das war echt nicht mehr lustig. Ich weiß, es sieht teilweise so aus, ob ich in den Jumpscare-Spielen mehr Angst hätte, aber... Die Jumpscare-Spiele sind an sich nicht wirklich gruselig. Sie schockieren nur extrem, wenn der Jumpscare kommt, und das war's nun sicher auch. Aber so ein Spiel wie Vanish, ich sitze da schwitzend für 15 Minuten. Ich will einfach nur, dass es vorbei ist. Das ist echt schrecklich gewesen. Und morgen werde ich ja 10 Uploads haben. Und ich denke mal bald, so wenn ich 20 Uploads habe, werde ich schon fast genug Clips haben für mein erstes Best-Of. Best-Of? Best-Englisch hier. Ich meine, Best-Of meine ich natürlich. Und da werde ich dann so die lustigsten, grusigsten Szenen zusammenschneiden und in einem Video machen. Oh, der war früher noch nicht da. Noch dazu. Das ist dann ein Video wirklich zum Informationsvideo. Da ich die ganze Zeit nur umrinnere, dass nichts passiert. Ich werde ab jetzt von... Ja, ab jetzt jeden Sonntag werde ich ein Vlog machen, wo ich kurz Updates als mögliche erkläre, was alles passiert. Und morgen als das erste Mal. Und das würde ich noch sagen... Ich glaube, das war es eigentlich. Jeden Sonntag Vlogs. Bald kommt ein Best-Of. Multiplayer-Uploads mit Ennis und ein paar anderen Kumpels kommen auch bald. Und sonst noch ein paar Überraschungen, die werdet ihr dann sehen. Wenn ihr übrigens irgendwelche Spielevorschläge habt, könnt ihr die einfach immer unten reinschreiben. Gute Aussprache hier, Corrupted. Weil ich suche immer nach schönen Spielen, die ich zocken will. Und wenn ihr ein gutes Spiel findet, könnt ihr es euch einfach schreiben, dann zock ich das gerne. Hier war in der Nachzeit Leben. Jetzt sind hier keine mehr. Das mag ich nicht. Mach mich nervös. Mach die wieder an. Ich bewege mich nicht, bevor du die Taschenlampe anmachst. Gut, das kann man. Der Stuhl bewegt sich wieder? Nö. Falls ihr es noch nicht bemerkt, habe ich ein ziemlich scheißes Slender-Spielen, weil ich renne die ganze Zeit nur im Kreis. Keiner muss ich machen und rede dabei so ein bisschen. Nope. Du verpiss dich. Mit dem will ich jetzt gar nichts zu tun haben. Klangarmiger. Okay. Kommt er eigentlich hin? Hier war ich schon, ich... Langsam laufe ich wirklich richtig offensichtlich im Kreis, ich muss mal was dagegen machen. Hier lang? Hier war ich bestimmt auch schon, oder? Da war er gerade, ich hab dich gesehen. Ist hier da was? Nein. Okay. Meine Orientierung ist lächerlich schlecht. Oh, ist das was? Nein, das ist nur ein ganz normaler Zettel. Ah, verdammt! Oh, scheiße. Fuck, okay. Ich denke mir, das reicht. Ich wollte nur kurz ein paar Updates loswerden. Und ich denke, das war im Hintergrund ganz lustig. Ich hab nur zwei Zettel eingesammelt, wie scheiße bin ich? Nein, zumindest Leute, ihr habt gehört, was ich gesagt habe. Informationstechnisch, morgen kommt ein Vlog und Vanish. Und das hier halt logischerweise, für euch ist es heute was Labe, ich bin ne Kacke. Und ja, haut rein Leute, viel Spaß noch mit meinen anderen Videos und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Falls ich dann mal um ne Ecke gehe und der ist direkt vor. Boah! Mach das nie wieder, Spiel. Mach das nie wieder. Scheiße. Ah! 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 Ah!